Wann bist du zum ersten Mal ausgegangen? Zum ersten Mal ausgegangen? Das erste Mal, ich glaube da war ich 15, da habe ich irgendwie meine Mutter irgendwie, habe ich ihr irgendwas erzählt, dass ich dann irgendwo anders übernachten konnte, also bei meinem besten Freund, aber ich habe ihr irgendwas erzählt, das weiß ich aber nicht mehr. Und da, der wohnt hier auch in Mitte, in der Nähe vom Hackischen Markt und nämlich abends zu dem. Und dann haben wir vorgetrunken und sind dann raus, wir sind auf die Oranienburger Straße gegangen, weil damals gab es da so eine Bar, die hieß die Gabana Lounge und da haben wir halt einfach Cocktails und Alkohol an jeden verkauft. Und ich, also wenn ich mir jetzt die Bilder von damals angucke, kann ich nicht glauben, dass diese Leute uns Alkohol verkauft haben, weil wir sahen also wirklich nicht aus wie, also 18 oder so. Genau, das war so das erste Mal, glaube ich. Das war auch Spaß gemacht. War das für die Gegend, in die ihr viel weggegangen seid damals? War das so cool, in die Gabana Lounge zu gehen? Ja, das war so, glaube ich, unsere Stammbar. Aber wir waren auch viel in Prinzler Berg unterwegs, so um die Eberswalder Straße rum, weil da halt unsere Schule war und auch viele unserer Freunde dort gewohnt haben. Und dann waren wir halt viel im Mauerpark und dann da in der Gegend oder im Volkspark Friedrichshain waren wir auch viel. Ich glaube früher als Teenager in vielen Parks immer rumgehangen. Das heißt, war es so 2011, 2012 und so was in dem Rahmen? Ja, also so, ja genau. Was waren so die prägendsten Ereignisse in der Zeit für dich? Ich glaube, ich weiß nicht, also die Zeit, da habe ich eigentlich fast nur so Erinnerungen an die Schule. Also wir hatten eine Englandfahrt in der 10. Klasse, die, es waren zwei Wochen mit dem ganzen Jahrgang in England und da, ich glaube die Zeit war einfach, es hat super viel Spaß gemacht, es war total die schöne Klassenfahrt, weil wir auch nie sonst woanders hingefahren sind. Dann hatten wir noch einen anderen Klassenausflug sozusagen nach Wandlitz, weil unsere Lehrerin wollte nie mit uns irgendwo wirklich weit wegfahren, weil ich glaube sie hat einfach gesagt, mit den Leuten, da will ich nicht irgendwo weit wegfahren, wo ich nicht entkommen kann. Deswegen sind wir nach Wandlitz gefahren, waren in so einer Jugendherberge an einem See und da waren wir über ein Wochenende. Und ich glaube unsere Lehrerin ist dann nach dem ersten Tag weggefahren und dann waren halt nur noch so ein paar Eltern von irgendwelchen Schülern, Mitschülern dort und die haben uns machen lassen, wie wir wollten. Ich glaube dieses Wochenende war auch eine schöne Erinnerung und auch prägend auf eine Art. Schülern hat! Judge Dar boutlungen Vielen Dank.